In diesem Video teste ich den Biotech USA Syrup Bar in der Geschmacksrichtung Apfelkuchen. Dieser Riegel kommt ganz ohne Schokoladenbeschichtung aus, relativ unspektakulär und schlicht. Auf der Seite kann man schon ein paar Krispies sehen. Ein sehr einheitlicher Proteinriegel sieht von innen auch nicht wirklich anders aus. Man kann hier die kleinen Krispy-Kügelchen sehen. Von der Konsistenz her ist er ähnlich wie ein Mürbeteig-Keks, ein bisschen fest. Mit den Krispies hat er einen kleinen Knusper-Effekt. Der Riegel schmeckt tatsächlich nach Apfelkuchen, was mich persönlich sehr überrascht hat. Die Konsistenz ist nicht so wie bei einem Apfelkuchen. Man kann es am besten beschreiben wie einen Mürben-Keks. Durch die Soja-Crispies hat man ein bisschen einen knusprigen Anteil. Von der Süße her passt er auch sehr gut. Mir persönlich geht die Beschichtung nicht ab. Ich finde es passt sehr gut, dass er ohne Beschichtung ist. Er riecht auch wirklich so wie er schmeckt und da bin ich wirklich sehr begeistert. Wer diesen Riegel schon mal probiert hat, ihr könnt mir gerne mal ein Feedback da lassen. Und ansonsten kann ich den Apfelfans unter euch nur eine kleine Empfehlung aussprechen. Probiert mal aus und lasst mir gerne euer Feedback da.